Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von BAUMAX. Der Haushalt ist eine Falle. Grüße euch liebe Handwerkskollegen. Ich bin's, der Karl Kneissl. Ich zeige euch jetzt ein paar schöne Sachen, die man zu Hause machen kann, die ganz schnell gehen. Das Wichtigste, was man immer zu Hause haben muss, ist so ein kleines Werkzeugkiesl. Schraubenzäger, Tape, Zangen. Damit kann man die wichtigsten Sachen machen. Anfangen tun wir mit der Glühbirne. Schon sind wir am Ort des Geschenks beim Sicherungskasten. Bevor wir zur Glühbirne gehen, Sicherung, FI-Schalter, aus. Sicherheit geht immer vor. Steigt man nie auf einen Sessel. Hauptsache, Schalter leitet es aus. Ist gut für euch. Lichtschalter ist aus, FI-Schalter ist unten. Wenn die Birne scheppert, brauchst du eine neue. Wichtig ist auch, wenn eine Birne lange gebrannt hat, ist sie heiß. Deswegen, wenn eine Birne gebrannt hat, warten. ? ? ? ? ? Bis zum nächsten Mal.